Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem Foothall. Wir waren heute im Kaufladen. Wir haben 83 Euro ausgegeben und ich habe auch ganz viel für den Kindergeburtstag gekauft, weil die ja wird 5 Jahre alt. Und ja, dann legen wir jetzt los. Ich habe mir, habe für die Kinder einfach einen Milchpudding und einen Strudelpudding mitgenommen. Einmal Milchschnitte, die 10er Pack. Ich habe mir dann so ein Pirouret, keine Ahnung wie man es nennt, das hat nur noch 20 Cent gekostet, habe ich mir mitgenommen. Einmal Chips für meinen Mann, einmal Buttertoast, dann die gab es für 50 Cent, ein Mette Purpaprika. Dann habe ich mir einmal Äpfel gekauft, da mache ich auch welche in den Muffins rein. Hier von Albrot und durch Schokolade, wie jedes Mal. Hier für die Lea und für die Mia, die lieben Gurken in Glas. Die gebe ich gerne im Kindergarten mit. Hier haben wir, gab es im Angebot Nektarinen. Ich glaube, das sind Nektarinen, ne? Ja, genau. Dann habe ich einmal zum Backen 10 Eier mitgenommen, 4 mal Milch, ein Hausbrot. Ich habe mir 3 Salate mitgenommen, Hähnchen und Kartoffeln mit, ja, mit Ei. Genau. Dann habe ich für, ich finde das ganz gut, ein Kaugummi-Eis. Das ist blau, das passt ganz gut zum Motto Anna und Elsa. Und dann habe ich aber noch so Stäbe mitgenommen. Hier Schokoküsse, da möchten wir einen Wettbewerb machen, wer am schnellsten einen Schokokuss gegessen hat. Habe ich so große mitgenommen. Für den Kindergeburtstag hier so Prinzessinnen-Torte, Appelsahne, fand ich ganz schön zum An- und Esser. Einen Emmentaler für den Wurstsalat. Hier zweimal Kaffee, Crema. Dann habe ich für den Geburtstag ganz viel gekauft. Hanoucho Mini, Nao Am, so verschiedene. Hier gab es einmal Star Wars, Lucha und Hello Kitty Lucha. Haribo in so Mini-Beutel. Brause, Pulver. Da kann man ja so Getränke machen, das fand ich ganz spannend für die Kinder. Hier habe ich dann sieben Stück so Babyflaschen mit Pferen mitgenommen. Und Anna und Elsa. Geld, sag ich jetzt mal. Hier gab es von der Oma noch, so Semmel. Hier einmal Leona, Fleischwurst für den Wurstsalat. Hier gab es einen 50-Cent-Kopper von Philadelphia. Habe ich zwei Stück mitgenommen. Dreimal Naturjoghurt, wie immer. Also zum Backen habe ich dann einmal weiße Schokolade, Zuckerglasur, den werde ich blau einfärben. Hier gab es so 29-Cent-Joghurt mit der Ecke. Da habe ich mir zwei in New York mitgenommen. Hier so eine Kaffeesahne, die brauche ich zum Backen. Hier gab es Butter oder Margarine im Angebot für 61-Cent. Die werde ich zum Backen benutzen, weil ich eh viel brauche. Esquise Aquakenuss, einmal Backpulver, Kuchenglasur. Hier gab es so Mini-Würstchen für 99-Cent. Hier habe ich einmal von Blonde eine Haarfarbe gekauft, weil ich mir den Einsatz färben möchte. Und dann wieder ein lila-pink drauf machen möchte. Keine Angst, ich werde nicht mehr blond fürs Erste. Hier habe ich einmal Sandwich-Scheiben, Emmentaler mitgekauft. Die gab es im Angebot. Hier einmal Schmanzenbacken für Hawaii-Toast. Ananasscheiben, deswegen auch der Käse. Zweimal Pudding für die Lea oder für Emilia. Kannst du jetzt streiten. Dreimal Zucker, einmal Mehl. Ja, meine Lieben, das war der Foothall. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Achso, stopp. Ich habe natürlich noch zweimal Wasser und zweimal Apfischrolle. Ja, meine Lieben, tschüss.